heute habe ich ein video das anthony am 11 januar 2022 hochgeladen hat und das heißt how toxic is your blood das heißt wie giftig ist dein blut und übersetzt hat das die liebe sandra fleckenstein hey leute es ist erstaunlich unser körper braucht keine entgiftungskur er reinigt sich selbst wir müssen nicht detoxen oder irgendwie unsere gifte loswerden das macht der körper auf magische weise alles ganz alleine unser körper wird all diese gifte ganz natürlich wieder los du brauchst nichts dafür zu tun aber wenn dann irgendwann deine fingernägel und fußnägel ausfallen sich verändern oder du ein pilz bekommt deine zähne ausfallen und du überall ausschlag bekommst vielleicht vitiligo depression ängste schmerzen fatig aber nein körper kommt damit alleine klar du brauchst nicht zu entgiften das ist es was sie die ganzen professionellen gesundheit gurus da draußen erzählen betätige dich regelmäßig sportlich und halte dich an eine moderate ausbalancierte ernährung den rest macht dein körper allein es ist auch nicht der klimawandel der uns zu schaffen macht er sind wir es die die luft verschmutzen mit all den duftkerzen und den chemischen fake holz scheiten die so schön dauerhaft brennen jetzt ist wieder weihnachtszeit und jeder verbrennt und räuchert irgendetwas jeder benutzt jetzt wieder duftkerzen und raumdüfte und die menschen vergiften sich selbst und ihre kinder und ihre haustiere es ist eine suppe von tausenden chemikalien da drin die dein leben in voller absicht zerstören sollen es sind die holzscheite das parfüm und alle düfte es sind die pestizide herbizide fungizide pharmazeutika pathogene und schwermetalle die dein blut toxisch machen auch das echte verbrennende holz ist so toxisch die menschen machen überall auf der welt feuerstellen aber es ist die menschliche natur feuer machen zu wollen in la in malibu und bis hoch in den norden kaliforniens ist in jedem haus eine gasfeuerstelle sie alle verbrennen gas und sie alle tragen mit sicherheit zum klimawandel bei alle menschen sind so besorgt um den klimawandel und jeder verbrennt irgendetwas sie machen überall holzfeuerstellen gasfeuerstellen sie pumpen parfüm und andere duftstoffe in die luft diese aktuelle situation mit der plage treibt die leute an sich eine duftkerze zu kaufen und sich zu hause zu verkriechen dort vergiften und töten sie sich mit den ganzen chemikalien selbst ich sehe dass jeder die umwelt zerstört mit duftkerzen und mit feuerstellen der punkt ist all dieser mist geht auch in uns rein wir werden auf einer täglichen basis vergiftet ich verstehe es wenn du dein haus mit holz heizen musst weil du keine andere möglichkeit hast aber heutzutage heizen menschen mit holz zusätzlich weißt du was das bedeutet wenn in millionen häusern holz verbrannt wird und die giftigen dämpfe in die atmosphäre gehen sie vergiften ihre nachbarschaft und milliarden von holzscheiten verbrennen und gehen in die atmosphäre die aliens die in ihren raumfahrzeugen umherfliegen sagen ihr idioten sie fliegen mit ihren raumfahrzeugen da oben umher und sehen millionen von häusern und schornsteinen die den rauch der toten räume bäume bäume ausblasen und sie sehen alle die menschen an den feuerstellen die mit flüssig gas das feuer anfachen die aliens fliegen umher und sagen ihr idioten ihr zerstört den planeten und atmet alle den rauch ein entsaften ist wichtig bei toxischem blut jeder mensch hat chronisches dehydriertes toxisches blut man sieht es in den augen der haut und an vielen anderen faktoren du weißt wir haben alle die pathogene die schwermetalle und andere gifte in uns und unser körper weint und möchte dieses zeug loswerden hast du schon mal ein menschen nach 20 30 oder 40 jahren wieder getroffen damals war er noch schlank und heute ist er nicht nur dicker sondern sein kopf ist fast doppelt so dick wie früher wie geht das der kopf wächst nicht mehr auch die nase ist angeschwollen und dick geworden auch sie wächst eigentlich nicht mehr das ist nicht nur fett es ist das toxische blut der kopf schwillt an wie eine zecke in einem hund die sich richtig vollgesogen hat das ist das toxische blut es macht einfach verrückte scheiße in deinem körper alles schwillt an im kopf und braucht platz wir verwandeln uns im laufe der jahre in ein giftiges chaos die lymphe wird toxisch und schwillt an die rücken max flüssigkeit wird toxisch und braucht mehr raum sie weitet sich ganz langsam im gehirn aus geht in alles rein und braucht mehr platz durch dein toxisches blut schwellen auch deine blutgefäße an alles dehnt sich aus auch dein schädel und wird dadurch noch zusätzlich geschwächt dann kann es passieren dass mit 60 jahren dass du mit 60 jahren vielleicht ausrutscht und auf den kopf fällst und dein schädel bricht auf was normalerweise nicht passieren würde ich habe in meinen 35 jahren in dieser branche noch nie jemanden darüber reden hören dass der kopf größer wird jemand fragt was würde man in einer blutanalyse sehen wenn man toxisches blut hat man kann es nicht sehen denn die medizin weiß nicht nach welchen toxinen sie suchen soll sie können nicht nach giftigen chemikalien aus raumsprays und lufterfrischern suchen nach giften auf duft aus duftkerzen oder nach rauch der aus dem schornstein deines nachbarn kommt und den du einatmest bluttests sind alle veraltet das ist das problem du musst deine gesundheit in deine eigenen hände nehmen du kannst nicht warten bis die medizin vorangeht die gifte und die metalle gehen alle vom blut über in die organe irgendwann ist die leber voll mit toxinen und verliert ihre filter fähigkeit dann kann sie die gifte nicht mehr halten und gibt sie wieder anders in das blut ab und die metalle gehen dann ins gehirn und du kannst den filter nicht eben mal wechseln die gifte müssen langsam entgiftet werden ihr müsst entsaften die chemische industrie kreiert jeden tag neue gifte sie werden noch nicht einmal getestet sie wissen nicht ob diese gefährlich sind aber sie werden eingesetzt in parfüms und anderen dingen selbst in genmanipulierten lebensmitteln teilweise sellerie saft wird irgendwann populärer sein als irgendetwas anderes jeder wird sellerie saft trinken die erzeuger werden kaum mit dem anbau von sellerie hinterher kommen entsaften ist so wichtig für unsere gesundheit aber sei vorsichtig welchen entsafter du benutzt die dezentrifugen und einige bekannte entsafter haben metallteile diese nutzen sich mit der zeit ab und entlassen jedes mal beim benutzen minimengen an metall in den saft speziell wenn zwei pressschnecken gegeneinander drehen der omega entsafter besteht aus einem sehr hochwertigen bpa freien kunststoff auch plastik geht in den körper aber plastik lässt sich leichter wieder entfernen selbst wenn es das schlechteste plastik ist das es gibt es verlässt den körper bereits durch einfaches entgiften mit säften metalle hingegen bekommst du nicht so leicht aus dem körper raus dazu musst du bestimmte dinge tun wie den heavy metal detox muss sie trinken und die wilden heidelbeeren essen ja auch im mixer ist metall aber dieses metall reibt nicht aneinander sellerie saft zählt zu den kräutern es ist ein gemüse es ist kräutermedizin du kannst auch gut einen saft aus petersilie machen mit zwei stangen sellerie dazu das ist auch kräutermedizin wir alle brauchen die antioxidantien um die oxidation in uns zu stoppen jeder mensch auf dieser erde stirbt ganz langsam es ist der tod durch tausend schnitte die industrien vergiften uns die chemieindustrie vergiftet uns die medizinindustrie vergiftet uns die illuminaten mit ihren jetplanes die gifte vom himmel auf uns herunterfallen lassen vergiften uns alle haushaltsreiniger teppichreiniger und so weiter vergiften uns der rauch in der luft vergiftet uns es gibt immer einige pyromanen die für die schlimmsten feuer in kalifornien oder australien bezahlt werden der wald brennt herunter und der planet geht unter und überall ist rauch es ist der böse teil der menschheit es sind die bösen menschen an der spitze sie wollen dass du buchstäblich stirbst und sie killen uns langsam mit all diesen dingen aber wir bekommen nicht genug antioxidantien um dagegen zu kämpfen deshalb mag ich das entsaften du bekommst viel mehr nährstoffe aus den lebensmitteln als wenn du sie essen würdest du brauchst mehr als ab und zu mal eine orange du wirst auch vergiftet von der gesundheitsbranche die alle menschen auf apfelessig und kaffee setzen möchten die kaffeeindustrie hat die alternative gesundheitsbranche bereits komplett übernommen sie besitzen sie sie wollen dich 24 mal 7 auf kaffee deshalb brauchst du antioxidantien dann kannst du sagen lass die gifte aus dem himmel auf mich regnen lass die dioxine durch die parfümträger denn diese wird buchstäblich aus pestiziden hergestellt auf mich regnen die pharmazeutischen stoffe in unserem leitungswasser mich vergiften ich werde das alles bekämpfen denn ich habe genug antioxidantien in mir jeder mensch oxidiert ganz langsam das gehirn oxidiert und schrumpft dein kopf wird immer dicker aber dein gehirn immer kleiner es oxidiert es wird von innen heraus aufgelöst und es entstehen hohlräume im inneren des gehirns und dann hörst du von den gesundheitsprofis du brauchst nicht zu entsaften eine ausgewogene ernährung reicht vollkommen aus frisch gepresster granatapfelkern saft enthält sehr viele antioxidantien am besten nimmst du dafür den omega m 900 der unterschied ist er entsaftet nicht nur die faserstoffe sondern auch den samen in jedem einzelnen granatapfelkern und das kann kein anderer entsafter denn das macht den unterschied wie potent und heilend den saft ist die farbe des saftes ist auch viel heller durch die gelben samen und so sollte ein granatapfelkern saft natürlicherweise aussehen wenn du granatapfelkerne abgepackt im laden kaufst dann wasche sie sehr gut ab denn sie sind alle mit einem konservierungsmittel besprüht deshalb nehme ich lieber die ganzen granatapfel und entkerne sie selber